Ich bringe auch noch mein Date mit. Die Leute schauen sich prächtig zu haben, wir sehen. Ich habe meine Tolle beerdigt. Vielleicht lasse ich meine auch hier ausrichten. Leute, die sich in unserem Badezimmer umregeln, bevorzugern. Wer glaubt auch, alles fällt mir einfach in die Schoß. Ich schlaf schon gar nicht mehr. So schlimm? Quatsch doch einfach mal mit ihm. Ist er da? Hinten. Bis zum nächsten Mal.